Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crazy Taxi Und wir sind schon mitten im geschehen und diesmal nehmen wir mal ihn hier Weil wir den glaube ich letztens nicht hatten Wir werden das schon schaffen hier Ist das Spiel gerade nicht abgestürzt Willkommen zurück zu Let's Play Crazy Taxi So wir spielen wieder eine Runde im Arcade Modus Wir nehmen ihn hier mal Vielleicht kackt der Spieler diesmal nicht ab Wer weiß ein Nigger Und ist nicht abgeschissen Ich hab die Steuerung vergessen Es war nicht weh Es war ja Crazy Du willst schon wieder eine Klamotten-Store Das ist nicht aber schön Du willst schon immer überall hin Ist die Musik zu laut Weiß ich nicht Ich hab sie eigentlich noch mal extra leiser gemacht Aber wer weiß das schon was das Spiel mittlerweile angestellt hat Wow Wir fahren hier durch wie die Behinderten Wow Wer hilft hier auf den Weiß ich nicht Geh weg hier aus dem Weg Der Taxi hat Vorrang Der Taxi hat immer Vorrang Oh mein Gott Die ging vorwärts Okay Muss ich mir mal merken G ist vorwärts Es ist rückwärts Ja Keine Ahnung So aus dem Weg Du wolltest zum Gebrauchtwagenhändler Ja Das kann man glaub ich wohl mit Gebrauchtwagenhändler Übersetzen Das ist äh Ganz legitim Würde ich mich mal jetzt Aaaaah sagen Und ich muss wieder rückwärtsgang reinwerfen Ja 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 Rückwärtsgang Wie ist er denn So wir brauchen noch einen Noch mehr Noch mehr Wow Ah da hinten Ja Ja Komm steig ein Komm mein Fuchs Marine Museum Was willst du denn da Ist der so ein scheiß Museumsfreak Ja das bin ich jetzt gar nicht So TPS sagt hier lang Die Musik ist gerade leiser geworden Aus dem Weg Ja Schrei nicht so Das ist Crazy Taxi Du bist hier in ein Motherfucking Crazy Taxi eingestiegen Was erwartest du Wow Was war das Das ist mir halt noch nie passiert Okay Abspott Aus dem Weg Aus dem Weg Aus dem Weg Aus dem Motherfucking Weg Hier Yo Was geht ab Haha Aber wie geil ist das denn Ja da freust du dich ne bis zu meinem Marine Museum Ja Gibt's wieder was Spannendes erzählen Hey Crazy Taxi Wo ist die so Ich war so ganz noch Ah rückwärts rückwärts Ich denke mal rückwärts ist einfach nur Standard S Aber nein Das ist nicht Standard S So weiter befunden sich Zeit was geht Warum guckt ihr eigentlich dann dauernd oder was ist denn das hier Du weißt es nicht Wohin wolltest du Du weißt es zum Record Store Zum Record Store Willst du ein bisschen Mucke kaufen ja Oh What the fuck Was war das Was war das denn alter Häng ich fest Wow Ich find das Spiel geht richtig ab Okay komm steig ein Wo willst du hin Way from Beach Nicht zu Pizzalana Vorurteil der FDW Oh Gott ich muss nachher wieder den Bildschirm putzen Das freut mich So Oh Way from Beach Wohin gehts denn da Da Nein meinst du Ja Es geht zum Way from Beach Ich geh mal davon aus weil es Beach heißt Es ist so ein paar Beach wenn er ja so sehr Beach ist Wir müssen wieder rückwärts g... Ja 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 Wir müssen wieder rückwärts sagen und vorwärts gehen Da hinten ist er da hinten da hinten da hinten da hinten da hinten So Kameran Camping Village Wo ist denn das Scheiß Dreck So Ja Pfff Was geht denn mit dem Auto ab hier Jetzt kannst du doch gerne erzählen was hier abgeht Ja Du musst nur wenn du oben nimmst So Hm Nicht verschlucken Das ist uncool So Brrr Ah Nichts ins Wasser Nichts ins Wasser Das hatten wir in der letzten Fahrt schon Das war nicht so erfrischend wie ich dachte Waschen ist nie erfrischend So Hui Ach guck mal hier willst du nicht Ja Aus dem Weg Ja ja Ich bin doch schon hier aber ich will es ja nicht Äh Rückwärtsgang Äh komm dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich Dreh dich dreh dich Vorwärtsgang Ah scheiße wochen kunden 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 da ist er Kunde Los steck ein Steck ein du mit Hut Der Hut der steht nicht gut Millennium Tower Oh da war ich noch nie Doch war ich glaube ich schon Das hätten wir muss man nicht an So auf Rasen fahren So also wo man Rasen halten ist immer nicht so eine gute Idee Weil da kommt man noch so scheiße vorwärts Und irgendwie Ich weiß Ich freu mich schon wenn das zu früh Irgendwie Ich kann nicht mit der Zeit Hä 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 Ja und gleich Verloren Ah Bus Ernsthaft Ey zum Glück muss man das Auto hier nicht reparieren so sind Die Arschkarte Ich bin halt abgebrochen Genau Ich bin motherfucking falsch Abgebrochen Scheiße Geh lang Ja okay ich kann es auch noch schaffen Oh da ist schon der Bellen Und Weee Yo bitches Was geht Alter Ich komm nicht mehr da Ach du bist gleich die nächste Das ist aber schön Ähm Kings Park Was willst du denn da Rückwärtsgang komm schon Oder Vorwärtsgang ist mir scheißegal Fahr einfach Wie weit ist denn das weg Ich geh nicht so weit Wow Da gehts nicht hin Ähm Da muss ich nach rechts Da rechts nach rechts So Rechts Oha Oha Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist das Rhythmix Okay verkackt Ich hab's gesagt Ich hab's gesagt Ich hab's gesagt Nein komm schon Komm schon Komm schon Oh mein Gott Fahr Oh nein Ich hab verkackt war Oh nein komm schon NEIN Tu mir das nicht an NEIN Immerhin 7 Gäste 2800 Augenfass Klassi 21 Platz Gut so gut war ich noch nie Glaub ich Ja Game over Du und dein pessimisches Denken Nicht registrieren bitte Ja Möchte ich das T-Verloggen gehen Das ist mir egal Komm wir machen nochmal Komm wir Was ist eigentlich jetzt Quizbox Dein Name Herr T-Verloggen Ah ne Das ist Mutti Ähm Was macht man bei Ach Kacke Keine Ahnung Ich muss mal einen saufen Äh was nehmen wir denn Nehmen wir Ach komm ich nehm den hier Der sieht cooler Achso S Ja hallo Gut was ist denn jetzt der Unterschied hier Weiß ich nicht wenn wir dann hier mal versuchen So steigen wir ein Ja Cables der äh Cables Ah Boah lecker Du möchtest irgendwo hingehen Das reicht mir aus Das reicht mir aus Um dich irgendwo hin zu fahren Wenn du irgendwo hin willst Und das ist mal unser erster Köln Der nicht zum gleichen Ziel mehr stimmt Ja lustig Das ist glaube ich ein Grunde hui! yeah! wie viel fliegen, mama mia! yippie! wow, das springt echt gut ein wow wow wow, nicht hier ist abspannend, nicht so komisch ab das mag ich, das marderfucking gefällt mir nicht brrrr, mama mia, so wenn ich runterkommen, kriege ich gleich nen Herzpass von uns weg ob ich ganz lustig wäre, scheiß auf die Yachthafen, speedy speedy gone stunning was wollte das denn für kranker Scheiß hallo, wo sind denn hier Gäste? Gäste, Gäste ja, taxi, hier, aua, aua, nein, 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 was mach ich denn? oh mein Gott, bin ich denn blöd du musst steigern zum Square Park, was ist das denn? aber schön, dass du da hier bist, aber wollte ich auch grad hin ne, nicht wirklich und wir fahren mal auf der Seite weil hier Huggits Girls, wenn wir den aufstechen das scheint ja ganz gut zu klar, mother fucker da hin gehts hin und und tschüss Süße mittlerweile nur noch 32 da oder schon 32 da so rot komm mal her, bedeutet Pizza Palo bedeutet rot, dass du mir viel Geld gibst ja los, los, los fahr doch vorwärts Mann, ich versteh die Steuerung manchmal ganz ehrlich nicht ich glaub das das kannst du echt am besten nur für die Appland spielen so, aah, scheiße und spielte mal mit Tastatur weil ich wirklich ein Gapit leisten kann nein, aber mein Gapit ist kaputt gegangen rein zufällige Zufälle gut ja, das war jetzt hier nicht so ne Herausforderung wenn wir den da hin vielleicht will der woanders hin na los helifortner ist ja schon wieder schön weit weg das ist ja Fahr doch Fahrmensch die müssen hier Gäste die fahren mit Menschen gefördert da fällt mir grad ein der ist auch so voll krass mit der Taxi nach unten gefahren Bitch der Taxifahrer ähnlich so wie ich der Oso Speedlimits was ist das? ich fahr so schnell wie ich will aber war lustig ähm scheiß drauf so wie weit ist es denn? oh ok noch gute 600m wow ist der Weg man ich hab hier Vorrang jetzt Superman oh quer durch die Bredouille ob das gut geht ob das gut geht keiner weiß es jeder möchte es gerne wissen und es ist nochmal geglockt und nein 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 du bist oben du bist oben ja ja ist oben yeah du bist cool du springst raus wie die Sau und da war ein Helikopter den können wir uns leider Gottes nicht mehr beobachten denn wir müssen ein Auftragsmoment dafür schnell rückwärts 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 du steig ein nein nein komm schon komm du ist ein Punker du musst einsteigen ja man gibs mir ja ja oh der Helik sieht schön aus da oben leider kommt er nicht so sehr im 25. Feld das war in oh länger beobachten aber ist ja auch schön so wohin willst du scheiße scheiße ah ist der Weg man wow wohin denn wohin denn Oh, na, no, 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 no. Ach, da wird's hin. Willst du hin, motherfucker? Ey, das stimmt da mit auf den Gang. Da wird's nicht cognac... War crazy. Wo, 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 was war das? War das Nitro? Nein, lass dich jetzt fahren, vormär, ja genau. Ich möchte dich abholen, was wir mal die staren sollen. Und willst du zum Heliporter? Komm ich doch halt her. Wieso willst du dahin? Da war ich grad hin, das ist voller Glück. Oh mein Gott, so ko. Alter, irgendwie läuft das grad ... Ich weiß, ich freu mich wieder viel zu früh. Irgendwie läuft das grad voll gut. Ach, nein, komm schon. Aber ihr müsst zugeben, was hat's denn letzte Mal, oder? Ja, 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 aus dem Weg! Gib Kumpi! Warum rede ich so mit der hohen Stimme? Wahrscheinlich, ich freu mich's kann. Wow, scheiße, 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 scheiße! Ich weiß gar nicht, ob's ne Handrepp so soll. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Nein, 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 nein! Oh Gott, sei Dank. RB-Station, Alter, warum wollt ihr ... Ist da irgendwas Geheimes? Nur fahr doch mal! Moaan! Die Steuerung tötet mich! Die Steuerung will das, ich versage. Nein! Komm schon, du musst ... Dich will ich noch ausliefern. Komm schon, komm schon, 5, 6 ... Nein, das schaff ich nicht! Das schaff ich nicht! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Jetzt wird es knapp! Neeein! Neeein! Oh, 8 Costumers. 3100 ... Klos, piep, bitch! 21 ist da trotzdem. Komm, eine Runde machen wir noch, eine Runde. Ja, Game Over, das sagen sie alle. Nicht registrieren. Ja ... Spielen. Und ... Komm, wir machen da mal die Narren. Und noch mal in Acht-Tage-Modus. Und ich drück mal den Vlog. Und wir nimm den mal. Alright, let's get it on. Hey, 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 it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! Here we go! Oh, gut! Nein, ich nehm den hier. Ich nehm die hier. Die geil aus. Oh, ich will's ja. Wave and Beat schon wieder. Also, immer noch. Wow! Wow! Was geht mit dieser Brücke? Oh, Navi. Komm bitte klar. Jetzt hab ich ganz trauen ... Jetzt hab ich nen Sprachraussetzer. Ganz trauen Geschmack. Das ist voll krass. So, weg hier. Mehr Trinkgeld! Nein, nein! Hahaha! Alter! So müsste man mal in der Acht fahren, ne? So, guck mal, davon abgesehen, dass das ... ... kein Auto mitmachen würde. Wow, Alter! An der alten ... Wow! An der alten, über die ich mir jetzt mal reich ... Wow! Ah, scheiße! Boah! Was hältst du denn da? Ja, Mann! Gleich mal 600 Augen verdienen. Also, steck ein. Camping Village. Schon wieder. Nein! Was geht denn ab? Was geht denn ab? Motherfucker! Wow! Ich mach das Spiel noch kaputt. Nachher startet das gar nicht mehr. Der ... Nachher startet ... Nachher fliehen schon im Startbildschirm ... ... die Autos durch die Gegend. Einfach, weil sie's gewohnt sind. Ey, Mann! Das ist nicht mehr, außer ... ... der Flux-Somping. Und hui! Ja, Mann! Fucker! Oh, fast! Ja, genau! Ja, ja! Ah! Wollte ich mal cool ausstecken gehen. Egal. Der nächste, der nächste ... Der nächste ... Der nächste ... Ohne ... Kno-Fix-Tor ... ... ... ... ... ... ... ... Ich warte nicht mal hoof. Oder was da immer hoof. Weil es ist ... ... bisschen verwirklich. Ich weiß nicht, dass ... ... dass das bei der Geräuschkulisse noch irgendwie auffällt. Aber ... ... das ist etwas seltsam. Wow! Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich war zum Standard-Schreihe. Juhu! Ah! Bus! Nein! Wow! Bus tötet ... Die Busse sind schlecht ... ... für die Verdauung. Oh! Noch einer! Wow! Der war knapp ... Der war ... ... damm knapp ... ... ich hab auch ... ... den Bild ... ... und ... ... die Atmos-Stand ... ... der Wurger Gang ... ... Wurger Gang! Da hinten ist ein Grün ... ... da hinten ist ein ... ... ein Hellgrüner. Los kommt der! Oh ... Taxi ... ... ja Taxi ist hier, man. Margarina. Lasschen. 500 Aumann will er schonmal zahlen? Warte mal ... ... jetzt fahr ich wie eine Milzaun ... ... da will er gar nix mehr zahlen ... ... weil er nämlich tot ist. Ja die müssten, das wäre eigentlich so voll die Losung, wenn so ältere Menschen mitfahren und so in Geschirr's wie ein Bildsausty, verrecken meine Herzversorgung und so. Nein, das finde ich toll. Wow, okay, okay, okay. Da, halt dich fest, Mann! Oh, Alter! Wuhu! Oh, wohin? Oh, wohin? Oh, wohin? Oh, wohin? Oh, wohin? Ach, da hin? Okay, das ist schon, mach schön. Genau, das war relativ spannend, ey. Ach scheiße, das sind wir den müssen vor, den wir hinten sehen. Ja, ich hab' den, der wir hinten sehen, ich weiß schon. Use it, klar, schlau, okay. Ja, jetzt mal. Jetzt haben wir ernst, was hub da? Na fahr doch, Mann, ich hasse doch aus. Warum steht der Typ da mitten auf der Straße? Ich verstehe es nicht, aber jeder möchte gerne wissen. Wow, 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 nicht, jetzt war schlau. Ja, ich will das Wasser machen. Wir müssen wieder auf die Brücke. Wir müssen wieder auf die Brücke. Ja, nein! Wow! Okay, das war knapp. Das war verdammt knapp, aber auch verdammt geil. Egal, okay, hier, halten. Ja, halten. Tschüssi. Man sieht es ja nicht so, wenn ich sie mal den rücken. Der bricht zwar nicht so viel Geld, aber stopp. Der Eckartstor, oder? Na ja, gut, 150 Wochen. 150 Wochen ist ja schon mal eigentlich, äh, wenn man so, in echt mal, äh, 150 Wochen für so eine einfache Fahrt kriegen würde, wäre das ja, glaube ich, schon mal ganz geil, ne? So. Ja, alle aus dem Weg hier, ne? Ich weiß nicht, das ist ein Gründer. Los, 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 fahr, 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 fahr. Oh, ein Heldbründer. Ja, Mann, komm, ne Galle. Wollen wir uns sehen? Policester, ich will mich jetzt nicht selber anzeigen. Oh, er sagt sogar Policester. Siehst du, wenn ich mal zuhören würde, würde ich das sogar hören. Oh, Mama mia. Wow, was geht ab? Aus dem Weg. Wow. Irgendwie würde ich mich wohler fühlen, wenn unten rechts oder links so eine kleine Mini-Matte wäre. Anstatt dieser, die Sprengung. GPS-Markers. Wow, 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 wow. Weil der ist ja, man sieht doch ein bisschen verwirrend. Egal, wo willst du hin, ne? Ist nicht mehr weit. Ah, ist er schon. Da ist schon die Policestation. So, mein Fikkerle. Noch mal fett in die Würze. Da hinten sind die Gelbe. Ich schau mal die Gelben an. Let's see, ja. In den Smith-Club. Offen nicht in den Phil-Smith-Club. Voll am Würzen. Kannst du vielleicht wieder aufsteigen. So, nachsiem Weg. Ich halte einen Musik-Club zu werden. Oh, mein Gott, oh mein Gott. Wohin fahr ich? Oh Gott, ich bin da zuchtig. Ich bin da zu. Beep, beep, mother fucker, auch. Oh Gott, wohin muss ich? Ist da eine Straße? Oh Gott, so. Oh, wo ich fahr ich? Wow. Oh, schee, ich bin richtig zufällig im Ding. Das ist schön. Und zu mir jetzt noch hinlegen. Oh, scheiße. Los, 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 rückwärtsgang. Vorwärtsgang, wo war der? Ah, der da, schau, der da, der da, der da. Klo-Fing-Store schon wieder. Ja, ich weiß, dass man das anders ausspricht, aber ich sag Klo-Fing-Store. Oh, ich möchte gern was trinken oder zu. Lass doch, Flatte aufmachen. Das wäre jetzt grad ganz doof. So. Wow, wow, weg hier. Aus dem Wieschen, nein. Geh weg. Das erinnert mich. Ach, die Lupe. Ich hab die Lupe geputzt. Ist auch weh. Lupe. Das erinnert mich so an Driver 1, also den ersten. Wow. Den ersten Driver, was es gab. Da gab's so einen geheimen Chief, wenn man das so nennen möchte. Und so ein Autokabfliegen, das war ein Kilometer weit weg. Kilometer weit weg. Kann ich euch vielleicht auch mal zeigen. Zeigen. Denk ich, das geht lieber mal. So, wohin wolltest du noch mal? Nur so ein Carp-Shop. Wenn du da hin willst, dann willst du da hin. Und wenn du da glücklich hin willst, dann bring ich dich da. Tod oder lebendig. Wow. Oh mein Gott. So, hier. Tschüss, Süße. Ähm. Scheiße, ich brauch einen Gast. Gast, Gast, Gast. Gast an der Straße kommt. Gunny, muss da irgendwo einer sein an der Straße. Oh mein Gott, wo sind die Gäste alle hin? Hallo. Willst du mich jetzt verarschen? Da ist er. Ja, ja, steig ein. Okay, weg, guck uns das Auto. Campside-Subway. Ah, scheiße, ich soll das U-Bahn. Oh, die U-Bahn nicht mal der Hass. Was ist denn das hier denn? Wow, alter, Taxi. Andere ist Taxi. Du bist Upstream. Alter, nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist sie? Kann ja nicht mehr weiter. Wow, hier ist sie. Was ist der Weg? Okay. Da ist ein Grüner, da ist ein Grüner, das ist gut. Ja, Taxi ist hier. Nein, rückwärts, rückwärts, schnell, schnell, schnell. Nein, was? Oh, Gott, den Pinsel. Oh, die Deckhauts da, willst du schon. Na, oder war noch? Na, na, komm, fahr. Wow, das war knapp. Oh, wegen dem rückwärtsgang, wegen dem motherfucking rückwärtsgang. Hallöchen, Geld. Na. Das sollte immer auf die Straße bleiben, weil alles ansonsten. Ich glaube, das ist ein Abilie-Strayer. Komm, fahr, 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 fahr. Fahr, 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 fahr. Wett hier, was ist denn weg? Warte, mach hier, ich will andere Töne mit mir. Äh, so. Okay, willst du mal noch da rein? Oh, mach ich nicht. Yo, oh, scheiße, mit dem Fall. Oh, scheiße, mit dem Fall. Oh, nein. Hau ab, du Bildsaus. So, nein. Komm schon, das muss man noch schaffen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Ah, scheiße. Egal. Wow, elf Fahrgäste. Fünftausend Onken. Class S. Warum Class S? Was heißt das? Weiß ich nicht, was heißt Class S? Was? Hab ich gewonnen? Ich hab zum ersten Mal das Spiel gewonnen oder was ist los? Oder einfach so nach zehn Mal. Komm, nach zehn Runden einfach mal so die Quedits. Egal, wir gucken jetzt mal die Quedits an. Ich such mal meine Flasche. Hier liegt sie direkt vor meinen Füßen. Okay, offenbar. Off. Haha. Hat mir das Spiel durchgespielt. Mit zwei Parts. Ich glaub, das ist das kürzeste LP, was ich jemals bringen werde. Nein, ich werd das wahrscheinlich, wenn's gut bei euch ankommt. Oder falls ich jetzt irgendjemand sehen möchte, noch weiterführen. Haha. Wie geil. Ach, das sind meine, meine Dingsies. Meine, äh. Axis hat er aufgenommen. Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Wie cool. Ja Mann, geil eingeparkt. Los, weiter geht's. Yeah. Wow, so langweilig bin ich gefahren. Echt. Ah ja, Punker. Ja, komm. Los, Punker. Und fährt er nicht mehr. Hab ich das Spielkörper gemacht. Was war? Off's und Cabby. Was? 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 Ah, jetzt kann ich mir irgendwas, äh, ja, in den Namen hier kommen, denn sonst standesgemäß Didi. Haben wir nicht, ne? Ah, wo ist denn das Ende? Ja, dann DDL, Alter. P kann man ja nicht schreiben. Trotzdem, Game Over, Arschle. So, nicht registrieren haben wir ja schon. So, das war das mal von Crazy Taxi. Und wir sehen uns in irgendeinem anderen Projekt wieder. Tschüssi.